Hey Leute, was geht? Wir sind hier heute in Brühl beim Brave Camp. Was wir dort jetzt machen werden? Es war nicht abend. Ja, so sagen wir so, bisher hab ich's noch nicht so gespürt, aber jetzt mit dem bisschen Schweiß auf der Haut. Jetzt doch ganz kühl. Ich liebe meinen Job, und mein Leben ist auch ganz toll. ARD Text im Auftrag von Funk Muss übrigens noch keine Angst haben, schlimm wird jetzt erst oben. ARD Text im Auftrag von Funk Schon hoch. Oh Gott. Falls mir was passiert, dann sag bitte meiner Mutter, schon okay. Oh mein Gott. Oh nee. Lass mich zurück. ARD Text im Auftrag von Funk 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 ARD Text im Auftrag von Funk